Das hier sind ihre Jungen. Sie dringen in das Ohr ein und wickeln sich dann um die Außenrinde des Großhirns. Dadurch werden die Opfer sehr leicht empfänglich für Suggestionen. Und dann, wenn sie größer werden, folgt zuerst der Wahnsinn, dann der Tod. Das hier sind noch Babys natürlich. Noch nicht ganz. Vollkommen. Edmirel Kirk hat nur seine Pflicht getan. Nein! Nein! Ah! 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 Schon besser. Ja.